Mit Klingfotrone! Uh! Ja, ein bisschen verrückt. Haben wir jetzt aber gut auf der... Ach nee, das spielen wir ja noch nicht schön. Nee, das spielen wir ja nicht mehr. Bitte? Auch spielen wir ja wieder. Ich weiß auch nicht, ich hab ja vorhin schon das alte Gerät auch manchmal ein schönes Gefühl, dass die Gehirne der Musiker auch macht, und vor allen Dingen mein Gehirn, das ist schon so ein alter Käser. Wir gucken mal männlicher rein. Und wenn du Metrophore sagst, dann ist es für mich schwer, ich hab einfach mal die erste Sprache zu hören. Kannst du's noch? Ja, ja! Nein, wir spielen was anderes, pass auf. Wir haben, äh... Ich... Die nächste Saison, die geht um mein Dorf und um meine Felder und um meine Bushaltestelle, in der immer noch mein Name reingeretzt ist, und der Name meiner anderen Frau. Wir haben immer nur drei Schafteln Zigaretten, nämlich Roth Hände, meine Wunderter oder Harry. Ich... Ich musste dann irgendwann anfangen, mich zu interessieren für Musik, ähm, aus Amerika, vor allen Dingen aus Viertel. Und ich hab ein Lied geschrieben, über meine Zeit, in der ich Punk war, melancholisch, äh, melancholischer Gewandscher und Himmacher auf einmal war. Ähm, und über die Zeit aller Anfänge, ähm, es liegt mir sehr am Herzen, ich hoffe, wir können eine Runde tanzen. Das Ding ist halt schön in der Zeit, oder? Woh! 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 Zwei an der Türke und Schwung, wir kommen auf den Weg, bleibt uns schwung, das war die schönste Zeit, 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 und wenn immer wir fahren. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020